Nachdenkseiten Die kritische Website Massive Begriffsverwirrung T-Online, das ultralinke Hetzportal Ein Kommentar von Tobias Riegel Die Umdeutung von zentralen politischen Begriffen und die daraus folgende Verwirrung in den Debatten treibt immer wildere Blüten. Besonders absurd sind einige neuere Definitionen von rechts und links. Auch der Begriff Sozialismus wird mittlerweile oft in seltsame Zusammenhänge gestellt. Aktuelles Beispiel, Julian Reichelt ordnet das Portal T-Online als ultralinks ein. Julian Reichelt hat in einem Tweet auf X auf einen sehr geschmacklosen Tweet eines T-Online-Redakteurs reagiert. X Zitat Lars Wienand Vom rechten Weg abgekommen. Neonazi stürzte an Hitlers Lieblingsberg in den Tod. Szene sammelt für Familie. Und ich mache die Kommentare dazu. Dazu eine Bildunterschrift Bei der diesjährigen Gruppenwanderung im Berchtesgadener Land kam es zu einem tragischen Unfall. Dazu, X Zitat, Julian Reichelt Lars Wienand vom ultralinken Hetzportal T-Online findet es lustig, Wortspiele über Tote zu machen. Vom rechten Weg abgekommen. Hihi, über einen Menschen, der in den Tod gestürzt ist. Was ist bei diesen linken Glaubenskriegern bloß kaputt im Kopf? Zitat Ende Die in dem T-Online-Tweet zutage tretende Verrohung ist scharf zu kritisieren. Hier soll aber auf einen anderen Aspekt eingegangen werden. Nämlich auf die Einordnung von T-Online als ultralinks durch Reichelt. Ich finde, das ist eine neuerliche Gelegenheit auf das Phänomen der Begriffs Umdeutungen und Verwirrungen bezüglich rechts und links hinzuweisen. Dass das Portal T-Online nach keinem seriösen Kriterium als politisch links eingeordnet werden kann, belegt das Medium ganz aktuell mit einem sehr fragwürdigen Beitrag zum Ukraine-Krieg, in dem es etwa heißt Also muss ein anderes Gegengewicht her, damit ein Waffenstillstand der russischen Kriegsmaschinerie nicht nur eine willkommene Pause zur Hochrüstung verschafft. Die Konsequenz ist ebenso gradlinig wie unerfreulich. Damit die Feuerpause hält, muss der Westen in den Rüstungswettlauf mit Moskau eintreten und diesen gewinnen. Erst eine vor Waffen starrende Ukraine stellt für Putin kein attraktives Opfer mehr dar. Ja, es ist leider ein hässliches und gefährliches Europa, das sich dabei abzeichnet. Aber wenigstens eines mit weniger frischen Gräbern. Zitat Ende. Die auch sonst überwiegend auf T-Online vertretenen Positionen zu Krieg und Frieden, zur neoliberalen Wirtschaftsordnung und zu vielen anderen Themen sind, zumindest nach klassischer Definition weit entfernt davon, links oder gar ultralinks zu sein. Reichelt ist nicht der einzige Konservative, bei dem ein doch bemerkenswerter Umgang mit dem Begriff links zu beobachten ist. Auch der Umgang mit dem Wort Sozialismus ist gewöhnungsbedürftig. So hat etwa der Herausgeber des Portals Tichys Einblick kürzlich aktuelle, kritikwürdige Tendenzen in Deutschland als Weg in den Sozialismus bezeichnet. Diese Sichtweise lässt den Bürger, der sich noch an die ursprünglichen Definitionen von links und rechts erinnern kann, ratlos zurück. Ähnlich wie mit dem Ausdruck links wird auch mit dem Ausdruck rechts häufig fragwürdige und der eigentlichen Bedeutung widersprechende Meinungsmache betrieben, etwa wenn der Wunsch nach Waffenstillstand oder nach einer Corona-Aufarbeitung als irgendwie rechts diffamiert werden soll. Die Nachdenkseiten sind auf das Phänomen der Begriffsumdeutungen und Verwirrungen bereits in einigen Artikeln eingegangen. So heißt es im Beitrag Phrasenwörterbuch, heute linksgrün. Grüne Politik ist nicht links. Der Begriff linksgrün ist irreführend und schädlich. Mit der einst negativ aufgeladenen Vokabel können inzwischen Handlungen grüner Politiker getarnt werden, die man als rechts bezeichnen muss. Die Ignoranz sozialer Nöte, die Unterwürfigkeit gegenüber US-Interessen, die Waffenlieferungen und viele weitere Aspekte. Durch die Verknüpfung destruktiver grüner Politik mit dem Attribut links werden zusätzlich die klassischen tatsächlich linken Inhalte in Verruf gebracht. Zitat Ende. Im Artikel Woke, Pseudo-Links ist nicht linksliberal, heißt es. In der Debatte um Pseudo-Linke und Woke-Politik wird oft ein linksliberales Milieu beschrieben, das es gar nicht gibt. Die grünen Kriegstreiber und Corona-Hardliner, die die sozialen Fragen nicht stellen, sie und ihre Gefolgschaft sind weder links noch liberal. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit.